Ja, das warme Aroma des Brots, der Duft frischer Kräuter, die sich im Wind wiegen, all diese Dinge, die uns so lebendig machen. Du bist ja schweißgebadet. Ich kann nicht mehr. Na, setz dich zur Ruhe. Noch ein paar Träume erfüllen. Geht nicht. Du würdest unbedingt verstehen, was diese fünfte Geschmacksnote war. Das ist mir nie gelungen. Umami. Papa ist weg. Er ist einfach abgehauen. Aber er ist doch in Japan. Japan? Der nächste Träume wird morgen Morgen sein. Ah, bitte nicht. Das Ding ist ein Sarg. Ich bin hier, um das Geheimnis des Umami zu lüften. Wir müssen ihn finden. Wenn ihm was zustößt, dann werden wir uns das nie verzeihen. Schmecken Sie das? Es wäre eine Ehre für mich, Ihnen in dieser Angelegenheit zu helfen. Soっち no hoga stek janai desu ka? Er ist doch völlig irre. Ich bin jetzt noch ein bisschen若. Das war gut.